Herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Super Mario World und diesmal geht es mit der dritten Welt weiter und zwar Vanilla Dome. Ich habe mich natürlich wieder über die Secret Access informiert, damit ich nicht komplett am Failen bin. Ich würde zwar bestimmt einige hinkriegen, aber das mache ich mir jetzt einfach mal einfach. Zack, das war es schon. Ja hier ist zum Beispiel ein Secret Exit. Da muss ich entweder den roten Switch aktivieren oder ich nehme halt einfach Yoshi. Ich mache es jetzt mal auf die gewollte Weise, weil man dafür ja eigentlich Yoshi verwenden soll. Zack. Ja das ist ein bisschen unpraktisch, wenn man da die Feder hat. Der ist gerade rückwärts da rausgelaufen. Zack. Okay da ist nirgends was drin. Nope. So weiter und hier ist ne Feuerblume. Die würde ich möglichst vermeiden. Zack, zack, zack. Ähm, kommt man hier hoch wenn man rennt? Hopp. Den würde ich erstmal loswerden. Ich muss springen, okay. Kommt immer wieder. So. Okay, die Yoshi-Coin ist mir jetzt mal egal. Ich will doch nur... 7, yes. Das ist doch mal gut gelaufen. So, Level 2. Hier gibt es auch das Secret Exit. Was ich denke ich wieder mal zuerst machen werde. Mit Yoshi unter Wasser. Ist auch mal was Neues. Lange hieß schon mal nicht an. Hier muss ich schon wieder loswerden. Ach genau das Secret Exit. Piip, piip. Jetzt hört es mir ein. Ist schon klar ich habe nachgeguckt aber trotzdem. Ich habe das Spiel ja schon mal durchgespielt. Zuck, 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 zuck. Das war schlecht. Ja, okay. Aktivieren, rennen, rennen und ich bin da. Gut. Das habe ich beim ersten Mal überhaupt nicht gecheckt was ich hier machen muss. Das war so komplett schwer. Ich habe versucht den Schlüssel rein zu werfen und alles. Es hat vollkommen... Ich habe ja nicht gecheckt, dass man nach unten drücken muss um da weiterzukommen. Und drei Switch Palace. Das ist nicht sehr nett. Ich habe beim Switch Palace verkackt. Habe ich auch noch nicht gehört. Mach es einfach mit Mario. Ich soll oben lang. Na klar. Habe ich das nicht bekommen? Ich habe nicht mal das One-Up bekommen, okay. Die Blöcke werden dann verteilt. Ich hole mir mal kurz neue Items noch. So und jetzt geht es mit Vanilladome 1 weiter. Da habe ich erst so alles zerstört mit dem Typen. Aber jetzt habe ich das Secret Exit. Also macht Luigi die Secret Exits. Ach so, bei Vanilla Secret 1 gibt es auch noch ein Secret Exit. Das soll man eigentlich erst machen, wenn man in Welt... 5? Ist es Welt 5? Bin mir nicht sicher. Der Forest of Illusions. Wenn man da den Schalter gedrückt hat, dann kann man... Soll man nur Secret Exit erst machen. Aber es geht natürlich wieder mal anders. Zack. So, diesmal geht das Level auch ein bisschen länger, glaube ich. So, oben oder unten lang? Ich gehe mal unten lang. Ich bin mir jetzt gar nicht mal zu sicher, ob das was bringt. Gut. Okay. Dann muss ich wieder mal... Zack. Dann muss ich wieder mal schnell tippen. Das war dumm. Das war sogar sehr dumm. Komm her. Jetzt bin ich wieder genauso gut dran wie vorher. Kann man sich ein Leben fahren? Ich glaube sogar... Dann könnte man sich ein Leben fahren. Das ist klar. Komm. Komm. Watt, 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 watt. Ach, immer noch nicht. Mist. Ich habe gehofft, ich kriege endlich mal diese Sterne voll. Watt, 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 watt. So, Vanilla Secret 1. Okay. 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 Ich wollte jetzt nicht fliegen. Okay, gehe ich einfach diesen weg. Das ist, glaube ich, das Beste. Aber der hier drüben am einfachsten ist. Aber egal. Da gibt es einfach nur Ranken, die einen hochbringen. Und jetzt... Ich habe ein kleines Problem. Ich muss anscheinend da rüber. Achso, man muss hier rüber. Okay. Na komm, roter Paracopa. Mach immer zuerst das Secret Exit. Wie macht man das jetzt am besten? Hier unten? Ja, das geht. Müssen wir noch hinkriegen. Hier ist das Secret Exit. Da unten waren so blaue Castrum, wenn man die gesehen hat. Die werden dann halt so aktiviert per... Pluswitch Paneless. Und... Bitte... Lass mich... Böse. Zwei... Ja, endlich. Endlich kann ich das zeigen. Der Bonus. So, und der Witz... Achso, in der Mitte ist schon eins festgelegt. Den Rest muss man treffen. Ähm... Ich bring einfach... Okay, leider Pilz. Okay, das war nicht sehr gut. Hier kann man bis zu eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Sechs leben, glaube ich. Ich weiß nicht, ob auch vertikal geht. Wenn vertikal auch geht, dann sogar sieben. So, die Star Road. So, und jetzt wieder mein Level ohne Secret Exit. Exit. Die ohne Secret Exit sind weiterscan. Das ist ja nicht blind. Aber... Vorübergehend neu. Für mich. Ist jetzt hier in einem Geisterhaus zum Beispiel. Könnte ich etwas failen? Ist das halt ein Geisterhaus? Was? Will ich die haben? Ja, komm, geht her. Nein. Oh, ich Junge. Ach, man rutscht hier sogar. Ich hab mich extra noch geduckt. Ist doch locker irgendwas drin oder ein P-Switch oder so. Nöp. 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 Töp. 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 Ich weiß welches Level das ist. ok das war jetzt nicht so schlimm wenn man darf sich für diesen grünen teilen nicht treffen lassen ich glaube dann verliert man ein power-up und ein p-switch ich habe wieder mal das übliche mit münzen drum damit man auch nicht reinkommt falls man die münzen nicht einsammelt noch mal bonus nice vielleicht läuft es diesmal besser so ich stehe mich einfach mal hierhin geht dann halt blumen ich hab jetzt einfach immer blumen gemacht dann hab ich wenigstens drei vier vier müssen es sein vorhin habe ich dann gesehen dass ich den stern noch kurz hatte und dann dachte ich mir vielleicht nämlich doch über den stern das war nicht so eine gute idee